Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und heute in der Folge geht es um einen Strip-Club. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir haben eigentlich in der letzten Folge gesagt, wir bauen einen ganz anderen Strip-Club. Und zwar diesen hier. Aber, meine Freunde, jetzt kommt der Grund, warum ich dieses Versprechen etwas umwandle. Denn ich habe mir allein fürs Video alle Folgen des Simpsons nochmal angeguckt, wo ein Strip-Club vorkam. Natürlich nur fürs Video. Also ich gucke sowas, also die Art, also nur fürs Video. Aber jedenfalls, jedenfalls ist mir aufgefallen, dass der Club-Sin ein aktueller Strip-Club in den Folgen des Simpsons ist. Und sogar in der Folge, die ich dir jetzt hier einblende, falls du sie auch sehen möchtest, auch von innen drin sehr gut gezeigt wurde. Wo man auch sagen kann, den richten wir dann auch genauso ein, wie es bei den Simpsons ist. Beim anderen Club, der hier zum Beispiel, ist innen drin nichts unbedingt richtig vorgegeben. Ein, zwei kleine Ausschnitte konnte man sehen im Club, aber nicht so viel wie beim Club-Sin. Von daher, ich hoffe, ihr könnt das verstehen, dass ich mich für den Club-Sin entscheide. Trotz alledem, falls ihr wirklich diesen Anhang haben wollt, den können wir dann irgendwann im Nachhinein auch noch daneben bauen. Dann ist das hier unsere kleine Schmuddel-Ecke. Obwohl, wir hatten ja schon mal so einen anderen, ich würde nicht Strip-Club sagen, aber so ein anderes Gebäude hatten wir schon mal gebaut. Ich glaube, dieses hier. Naja. Okay, aber du weißt, dieses Gebäude ist nur der Vorbau. Das Block-Material wird sich im Nachhinein ändern und da würde ich sagen, fangen wir an. Denn das hier ist ja, wie gesagt, das Tutorial. Wir werden auch eine Tour dafür machen dann im Ende und da quasseln wir dann noch ein bisschen. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Natürlich sind wir hier so ein bisschen im reichen Viertel, passend für unseren Club-Sin. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier in die Kiste rein und holen uns hier unser Baumaterial mal aus. Für den Start holen wir uns einfach mal gelbe Keramik raus, roten Beton, gelben Beton, hellblaue Keramik. Abgezogenes Schwarzeichenholz, und zwar dieses Eichenholzbuch von allen Seiten nur ein, äh, 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 also an sich nur die Rinde ist. Dann holen wir uns noch rote Keramik raus, eine Tür, ich nehme jetzt einfach mal die Akazientür. Dann holen wir uns noch polierte, an die Sieg-Treppe, passend dazu noch die gleiche Stufe. Wenn wir alles zusammen haben, legen wir los. Wir ziehen uns erstmal den Grundriss von unserem Strip-Club. Dabei nehmen wir erstmal die gelbe Keramik und setzen uns irgendwo so ein kleines Viereck in. Ich fange einfach an, gleich hier von meinem Bürgersteig aus geht's los. Dann ziehen wir jetzt die Seiten uns schon mal ein bisschen lang. Wir machen jetzt erstmal die Rückseite, also die Seitenlinie und die Vorderseite machen uns erstmal mit roten Beton. So, wir ziehen hier erstmal vorne eine lang. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Blöcke. Jetzt können wir schon gleich mal unser Holz nehmen und hier unsere Tür reinsetzen. Von insgesamt fünf Baumstämmen können wir nochmal gucken. Jo, fünf haben wir. Können hier dann einmal hier alles zumachen. Und wer möchte, kann hier gleich schon mal alles mit einer roten Keramik ausfüllen. Das ist an sich unsere Tür. Wir machen diesmal so eine bisschen größere Tür. So, unten in der Mitte setzen wir dann unsere Tür an sich hin. Wechseln wir wieder zu unserem roten Beton und ziehen jetzt wieder hier auf der Seite. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Mal roten Beton hin. Können dann hier wieder einmal gelbe Keramik, so einen Vierer hinsetzen. Jetzt geht's auf beiden Seiten dann einfach mal da hinten. Da setzen wir dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn Blöcke nach hinten weg. Auch hier wieder einen Vierer hin. Andere Seite genauso. Einfach 17 Blöcke hier an den Seiten nach hinten wegziehen. Und wenn wir das haben, auch auf der anderen Seite machen wir hier wieder solch einen Vierer hin. So, die Rückseite können wir dann einfach hier miteinander verbinden. Nehmen wir auch wieder einfach den roten Beton. Wenn wir denn so ein bisschen unseren Grundlust haben, können wir loslegen und das Ganze ein bisschen in die Höhe ziehen. Wir fangen erstmal an den Ecken an. Hier setzen wir das Ganze auf eine Höhe von eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Blöcken an sich machen wir hier diese Säulen. Die nächste Aufgabe ist mehr was für Künstler. Und zwar müssen wir unten bei unseren Skip-Club. Beim Vorbau siehst du es so ein bisschen. Beim Original sind da so Flammen an den Seiten drauf. Das versuchen wir hier so ein bisschen darzustellen. Mit rotem Beton und gelbem Beton. Da macht man einfach so ein paar Flammen hin. Das heißt jetzt einfach mal, wir machen jetzt hier noch so eine zweite Schicht drauf. Und da mache ich hier immer so leichte Pyramiden mit so Abständen. Einfach hier so ein bisschen. Vielleicht kann man hier auch so ein bisschen tiefer mal gehen. Einfach so ein paar Flammen darstellen. Wenn man das hat, setzt man da drauf, denn jeweils so immer an jeder rote Ecke hier noch einmal einen gelben Betonklotz hin. Und wenn man das hat, dann ist das so ein bisschen unsere Flamme. Und dann kann man darauf denn hellblaue Keramik setzen. Das ziehen wir dann auf der gleichen Höhe, wie wir an sich unsere Eckpfeiler haben. Kann man das denn hier aushöhlen? Aber wir machen das Ganze denn hier auch noch ein höher als das Ganze ist. Also ein höher als jetzt hier an sich. Also diese Fläche hier ist. Und dann können wir hier an sich alle Seiten so mit ein paar Flammen versehen. Wenn wir das Ganze dann künstlerisch gestaltet haben auf jeder Seite. Kann es auch ruhig immer unterschiedlich machen. Jede Seite, da muss kein Muster drin sein unbedingt. Einfach so ein paar Flammen so versuchen darzustellen. Wenn wir das haben, geht es weiter an den Seiten. Wir müssen hier so ein paar Stützen bauen, so ein paar Säulen. Da setzen wir dann oben drauf noch eine weitere Schicht hin. Aber so, dass wir, sage ich mal, hier auf jeder Seite das überstehen lassen haben. Also lassen wir es einmal überstehen. So, und das machen wir dann auch auf jeder Seite. Und wenn wir dann noch dabei sind, machen wir dann hier an den Seiten jeweils noch Treppen hin. Und an den Ecken platzieren wir dann jeweils nochmal eine Stufe runter. Solche Säulen werden wir jetzt jetzt hier überall hinziehen. Haben wir dann an jeder Seite so eine Säule gemacht, gehen wir wieder an unsere Kiste ran. Denn wir brauchen ein neues Blockmaterial. Zum Weiterbauen holen wir uns einfach mal hellgraue Keramik raus. Polierte Granitstufen. Schwarzeichenholzstufen. Dann holen wir uns nochmal hellblaue Keramik raus. An Residmauer. Dann nochmal eine Steinstufe dazu. Dann holen wir uns ein paar Glasscheiben, die Blöcke raus für unsere Fenster. Da ist wieder freie Wahl. Ich nehme einfach mal Magenta Glasscheiben und Magenta Glasblöcke. Kannst auch gerne Rosane nehmen, so was du halt gerne für deinen Stripclub haben möchtest. Und dann holen wir uns noch ein paar Birkenscheiter raus. Gibt leider keine Goldknöpfe, denn bei unserer Tür vorne sind überall so Goldbläten drin. Vielleicht kommt das noch mit kommenden Updates oder so. Muss man dann vielleicht mal austauschen. Aber ansonsten nehmen wir dann erstmal für unsere Tür Birkenscheiter. Okay, ansonsten, wenn wir dann alles zusammen haben, geht es los. Und zwar fangen wir erstmal mit hellgrauer Keramik an. Und zwar gehen wir wieder an unsere Seiten hier. Hier drauf platzieren wir so ein paar Klötze. Beim Vorbau sieht man es vielleicht etwas, dass da so ein paar Klötze drauf sind. Die machen wir eigentlich relativ simpel. Wie fangen wir denn hier an, dass man das gut nachbauen kann? Also wir machen uns erstmal hier so ein Vierer in der Mitte einfach mal hin. Das Ganze machen wir auf eine Dreierhöhe an sich. Und dann machen wir an den Seiten jeweils auch die Summe nach. So ziehen wir das Ganze hier einfach mal mit. Hier vorne einmal in der Ecke einen mitziehen. Und dann zwei hier hinten noch. So, dann sieht das Ganze etwa so aus unser Klotz. Da nehmen wir mal unsere polierten Granitstufen. Aber Stufen sage ich einfach mal dazu. Und machen dann hier so, ja sag ich mal so, ähm... Na, füllen wir das hier so ein bisschen ein. Obwohl, quatsch, mag ich gerade falsch. Wir machen unten eine Stufe und oben eine Stufe hin. So machen wir hier auf der anderen Seite auch nochmal. Und ganz oben füllen wir das einfach mal alles hier einfach mal aus. Nochmal mit Stufen. So, und dann ist hier so ein Klotz fertig. Die müssen wir jetzt auf jeder anderen Säule noch platzieren. Also drei Stück müssen wir nochmal hiervon so platzieren. Okay, wenn wir dann überall auf den Seiten solche Klötze platziert haben, geht es weiter. Wir bleiben immer noch bei unseren polierten Granitstufen. So, die wollen wir jetzt mal mit jeder Seite so ein bisschen verbinden. Setzen die also auf der Höhe eines unserer Klötze hier einmal an. Und darunter machen wir auch nochmal eine Stufe an. Sie sind das ja zwei Stufen, ergeben nicht unbedingt einen richtigen Block. So, dass wir die halt miteinander verbinden. So Säule und Klotz, ne? Alles miteinander. Das machen wir natürlich auf allen Seiten. So, aber da ist ja auch wieder ein bisschen Massenarbeit drin. Von daher zeige ich euch mal kurz so einen kleinen Schritt. Also das machen wir jetzt erstmal auf jeder Seite hier. Diese Verbindungen. Und dann machen wir noch was dazu. So was extra mäßiges. Und zwar, wir suchen uns erstmal die Mitte. Das ist jetzt bei unserer Tür relativ simpel. Hier unten die Tür. Dass wir dann hier, sage ich mal, so eine kleine Verbindung uns einfach mal hier machen. Oh, jetzt ist das hier nicht die Mitte. So ist hier die Mitte. Also verbinden wir das Ganze einfach hier mit der Granitstufe. Nehmen wir mal unsere Schwarz-Eichener-Stufen und setzen jetzt zu jeder Seite 1, 2, 3, 4, 5. Können hier wieder so eine Stufe hinsetzen. Und dann 1, 2, 3, 4, 5. Und dann setzen wir jetzt zwei Stufen hin. Wenn das dann hier halt immer so ein 5er Abstand ist, das macht man dann hier auf der anderen Seite auch nochmal. Irgend mal so einen kleinen 5er Abstand. Stufe hin. Wieder so einen kleinen 5er Abstand hier. So, und dann am Ende zweimal hier so zwei Granitstufen. So, was hier funktioniert, funktioniert auch hier auf der Seite. Natürlich muss man dann erstmal hier so ein bisschen die Mitte rausfinden. Kann man hier kurz mal gucken. Fünf haben wir hier. So, was haben wir hier? Hier haben wir sieben. Und was haben wir hier? Hier haben wir auch so ein 7. Okay, passt ja alles. Hier setzen wir auch wieder 1, 2, 3, 4, 5 an. Und können hier an der Seite auch wieder zwei hinsetzen. Heißt, hier machen wir jeweils immer nur einen so hin. Also hier auch wieder so ein 5er. Und an der Seite können wir auch wieder zwei hinsetzen. Das passt vorne wie an den Seiten. Halten, das machen wir noch zweimal. So, nächste Aufgabe. Wir nehmen wieder unsere hellgraue Keramik und platzieren jetzt jeweils auf der Ebene, die wir uns gerade langgezogen haben. Einfach mal zwei hellgraue Keramik-Schichten. Das machen wir auf der Vorderseite wie auf den anderen Seiten. Wenn wir das dann auf einen Seiten dann haben, geht es weiter erstmal auf der Vorder- und Rückseite. Das wir jetzt hier an den Seiten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke an den Seiten hier einmal platzieren. Mach ich ja auch nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann können wir die Mitte hier einfach mal mit einer polierten Granitstufe hier so langziehen. Auf der anderen Seite machen wir es genauso. Einfach an den Seiten halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich kann hier schon ein bisschen was ziehen, weil ich habe ja vorne schon ein bisschen gezählt. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Auch auf der anderen Seite einfach so ein paar Blöcke noch hinsetzen. Und dann hier bei der Mitte halt die Stufen. An den Seiten machen wir es ein bisschen kürzer. Hier setzen wir an den Seiten jeweils nur 1, 2, 3, 4 Blöcke hin. Und dann können wir das hier einfach mit den Stufen aushöhlen. Halt auf der anderen Seite. So, andere Seite auch nochmal. Einfach an den Seiten 4 Blöcke hinsetzen. So, hier auch nochmal 4 Blöcke hin. Und dann in der Mitte setzen wir nochmal eine Stufenschicht. Weiter geht es wieder mit unserer hellgrauen Keramik. Wir beginnen erstmal an den Seiten hier bei unseren Klötzen jeweils. Wir beginnen erstmal hier auch auf der Vorderseite. Wir haben jetzt hier, gucken, so eine kleine Ecke. Die schlagen wir mal weg. Und da setzen wir nochmal einfach hellgraue Keramik rauf. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke an sich. Das Ganze kann man dann zur anderen Seite einfach mal ziehen. Einfach gerade weg. So, können wir das Ganze hier auch verbinden. Wunderbar. So, wenn wir das Ganze haben, geht das eigentlich jetzt zur Seite zu Seite weg, dass wir das erstmal so miteinander verbinden. Und wenn wir das dann so verbunden haben, wie so eine kleine Kiste, können wir die Seiten einfach mal komplett ausfüllen. Wenn wir die Seiten dann zugezogen haben, geht es dann jetzt natürlich auf der Vorder- und Rückseite weiter. Da wir aber erstmal hier an den Seiten eine weitere Keramikschicht mal uns hier ein bisschen befestigen, damit das so ein bisschen stabiler wirkt. So, machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Einfach hier an der Seite machen wir noch eine weitere Keramikschicht hin. Und ganz oben platzieren wir nochmal in den Ecken jeweils zwei einzelne Blöcke hin. Dann war ich auf der anderen Seite auch nochmal. So, wunderbar. Den Rest hier auf der Seite kann man eigentlich komplett ausfüllen mit hellblauer Keramik. Einfach dann hier die Mitte so komplett einmal ausfüllen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie der Club auf der Rückseite aussieht. Ich denke mal, wir machen das einfach auf beiden Seiten mal so gleich optisch. Von daher machen wir das Gleichspiel dann auch nochmal auf der Rückseite. Gehen wir nochmal lang. Hier an den Seiten machen wir einfach noch eine weitere Keramikschicht hin. Das Ganze ein bisschen stabil. Also machen wir so ein bisschen stabiler hier noch in der Ecke. Indem wir zwei weitere da einfach mal heransetzen. Andere Seite auch. Zack. Eine Schicht noch ran. Und oben in der Ecke nochmal zwei Blöcke. Und dann können wir das hier auch einmal komplett ausfüllen mit hellblauer Keramik. Haben wir dann die Vorder- und Rückseite denn in der Mitte komplett einmal ausgefüllt mit unserer hellblauen Keramik. Schnappen wir nochmal unsere normale hellgraue Keramik. Suchen hier so ein bisschen die Mitte wieder raus. Und platzieren oben nochmal einen Block einfach in der Mitte. Auf der anderen Seite müssen wir es dann auch machen. Mitte rausfinden. Zack. Und dann hier einen Block in der Mitte hinsetzen. So. Jetzt geht es weiter, dass wir hier auf der zweiten Ebene schon mal. Fenster reinsetzen. Wir beginnen auf der Vorderseite. Auf der Rückseite machen wir keine Fenster hin. Da ich nicht weiß, ob da welche sind. Und ich denke mal auf der Rückseite sieht man es jetzt sowieso nicht. Ob da welche netten Damen davor tanzen. Von daher mache ich mir nur das hier auf der Vorderseite. Wir schlagen jetzt einfach mal. Oder wir sagen, dass wir hier zweimal blaue Keramik an der Seite mal lassen. Machen wir dann eins, zwei, drei. Ja, sagen wir mal, die Fenster sind aber auf einer Dreierbreite. Und einer Fünferhöhe. Müssen wir hier mal ein bisschen gucken. Fünferhöhe. Das ist eine Viererhöhe. Fünferhöhe. So, und dann lassen wir immer zwei Blöcke Platz. Und dann wieder drei frei. Zwei Platz. Drei frei. Zwei Platz. Drei frei. Wieder zwei da lassen. Und wieder ein Dreier hin. Und dann sollten wir hier auch nochmal zwei haben. Passt also. Also können wir die Fenster hier alle auf eine Fünferhöhe setzen. Und die Fenster ganz an der Seite. Den machen wir so, dass, sage ich mal, hier noch ein Block an der Ecke ist. Habe ich jetzt auf der anderen Seite natürlich weggehauen. Aber ich denke mal, hier an den Seiten, da lassen wir einen Block noch an der Ecke. Ich habe auch gleich schon mal die Fensterscheiben eingesetzt. Da kannst du entweder Glasscheiben nehmen oder Glasblöcke, was dir mal so gefällt. Ja, und wenn wir dann so ein bisschen die Fenster auf der Vorderseite haben, schnappen wir uns mal unsere Andesitmauer. Die Platz ziehen wir hier an den Seiten von unserem äußersten Fenster einfach einmal hin. Da machen wir einfach nur vier Mauern hin. Darauf platzieren wir eine Stufe, gehen eine Stufe zur Seite weg und setzen hier dann vier weitere Stufen hin. So, das machen wir jetzt erstmal auch noch auf der anderen Seite. Hier einfach am äußersten Fenster machen wir vier Mauerstücke hin. Darauf eine Stufe, so schräg davon eine Stufe und dann hier nochmal vier Stufen davon zur Seite weg. Gehen eine halbe Stufe nach oben und ziehen wir das einfach mal bis zur anderen Seite hin. Dann haben wir die Vorderseite schon mal ein bisschen fertig. Kommen wir jetzt einmal zu unseren Seiten. Da sind auch jeweils nochmal ein paar Fenster. Wir beginnen wieder einfach hier an der Seite, zählen einfach mal eins, zwei, drei, vier Blöcke. Danach können wir hier einfach mal vier Blöcke frei hauen. Das Ganze machen wir dann auch auf einer siebener Höhe. Fangen wir ohne an zu zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Ganz oben den siebten, da machen wir nur zwei an den Seiten weg. Andere Seite genauso. Einfach hier eins, zwei, drei. Vier Blöcke platz lassen. Vier hauen wir weg. Und das Ganze machen wir hier auch auf einer siebener Höhe. Und die letzte Höhe, die machen wir, würde ich sagen, so, dass wir hier in der Mitte nur zwei weghauen. Ich habe schon wieder gleich mal ein bisschen Vorarbeit geleistet. Auf der anderen Seite habe ich auch schon gleich die Fenster reingemacht. Und du erkennst schon, was der nächste Schritt ist. Da machen wir noch natürlich so ein paar Fensterstreben rein. Wir beginnen unten einfach mal, dass wir hier die erste Strebe nach dem ersten Block hinsetzen. Dann würde ich mal sagen, ja, lassen wir, sagen wir mal hier wieder über so einen Block Platz. Und dann die nächste Strebe hin. Das gleiche Spiel machen wir auch nochmal über den Block ein bisschen Platz lassen. Strebe hin. Und ganz oben haben wir auch nochmal eine Strebe hin. So sollten die Fenster aussehen. Natürlich dann auch mal synchron auf der anderen Seite. Und dann kann man da gleich seine Glasblöcke hinter platzieren. Glasscheiben sehen nicht so gut aus, finde ich. Und daher ziehen wir dahinter dann einfach so die Glasfront. Da kannst du natürlich auch kleine Spiegel reinmachen mit dem Glas. Und es gibt ja verschiedene Farben davon. Vielleicht machst du die auch ein bisschen noch bunter. Aber im Original sind sie halt einheitlich. Und da bleibe ich dann auch so ein bisschen dabei. Dann haben wir die zweite Ebene so gut wie fertig. Jetzt kommen wir natürlich zum Übergang in die nächste Ebene. Da müssen wir, ich habe hier schon wieder zwei hingesetzt, wieder solche Klötze hinbauen. Und natürlich dann auch wieder diese Verbindungen. Die sind an sich eigentlich komplett gleich aufgebaut, wie wir die schon hier unten so kennen. Das Spiel machen wir jetzt hier oben nochmal. Ich gehe mit euch nochmal zwei Klötze so ein bisschen durch. Das ist relativ fix gebaut. Wir fangen einfach an der Ecke an. Dass wir an der Ecke hier einfach so zwei Blöcke so ein bisschen nehmen. Das Ganze machen wir dann hier einfach so nach vorne weg. So, weg sind zu unserer hellgrauen Karame. Wir können hier einfach mal die Ecke hier komplett hier einmal so lang ziehen. Vorne in der Mitte machen wir auch nochmal einen hin. Das Ganze machen wir dann hier einfach auf eine Dreierhöhe. Und wenn wir das dann auf einer Dreierhöhe haben, können wir da dann unseren Klotz so ziehen, wie wir ihn halt kennen. Und zwar setzen wir unten nochmal eine Stufe hin. Oben, ganz oben halt eine Stufe hin. Und dann können wir da gleich das Dach raufziehen. Ja, relativ fix halt aufgebaut. Das Ganze macht man halt viermal. Wie gesagt, wir machen es noch einmal zusammen, damit es halt drin ist. Also an der Ecke machen wir jeweils an den Seiten so ein Zweier hin. Das Ganze lassen wir hier ein bisschen doppelt überstehen. Dann hier einfach an den Seiten hier einfach komplett unsere Linie mit hellgrauer Karamik mal langziehen. So, das Ganze machen wir dann hier natürlich auf eine Dreierhöhe, um unseren Klotz dann hier einmal zu bauen. Also wie gesagt, ist eigentlich relativ schnell aufgebaut. So, unten und oben platzieren wir dann jeweils nochmal eine Stufe. Zack, dann hier oben drauf eine Stufe und fertig ist dann auch dieser Klotz. Also relativ fix geht das Ganze von der Hand. Und dann machen wir hier natürlich noch diese Verbindungen. Wie gesagt, das ist genau der gleiche Abstand wie unten, geht komplett gleich auf. Man sucht hier die Mitte, macht dann 1, 2, 3, 4, 5 und dann an den Seiten zu den Klötzen machen wir jeweils zwei hin. So, andere Seite auch nochmal, fünf Abstand und dann hier wieder so ein Zweier hin. Wenn wir das haben, platzieren wir davor dann wieder eine weitere polierte Granitstufenschicht. Darauf wieder eine Stufenschicht und dann ist das erstmal fertig. Gleiches Prinzip dann hier auch an den Seiten. Das wird dann, sag ich mal, man kann auch anfangen einfach hier schon gleich zwei hinzusetzen. Dann halt dann setzt du dir hier wieder fünf hin, wieder so eine Stufe hin, wieder so fünf von dem Holz hin. Dann hier so eine Stufe hin. Hier haben wir auch noch gleich diesen einer, den wir uns in der Mitte platziert haben. Kann man gleich gucken, ob man auch hier richtig liegt auf der Rückseite. So, machen wir hier wieder fünfmal Holz hin, einen hin, fünfmal davon hin und dann, ups, habe ich mich, glaube ich, jetzt gezählt. Ja, sind jetzt fünf. Genau, und dann, wenn wir das dann so haben, können wir davor dann wieder unsere Granitstufenschicht hinziehen. So, die machen wir natürlich hier wieder ein bisschen dicker. Und das gleiche Spiel macht man dann nochmal auf der Vorderseite. Dann wollen wir gleich mal weitermachen mit der letzten Ebene von unserem Subclub. Da fangen wir erstmal mit der hellgrauen Keramik an. Die platzieren wir einmal hier in den Ecken. Da setzen wir das jetzt auf eine Höhe von eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf Blöcke hin. Das Ganze machen wir jeweils hier in jeder Ecke hin. Und dann können wir einfach mal die Seiten komplett einmal mit hellblauer Keramik ausfüllen, wenn wir unsere Ecken jeweils hier einen so einen Strich gezogen haben. Hast du denn auch die Seiten einmal ausgefüllt? Falls das natürlich nicht so schnell geht, halte das Video einmal an. Jedenfalls relativ viel Massenarbeit. Einfach dann die Seiten jeweils mit der blauen Keramik. Wenn wir das haben, würde ich sagen, fangen wir gleich an den Seiten an. Da machen wir jeweils nochmal ein Fenster hin. Suchen wir erstmal die Mitte. Wir richten uns hier von der unteren Ebene. Suchen wir uns schnell hier mal die Mitte raus. Dann haue ich mir hier einfach mal so ein Dreierfenster rein. Das Ganze mache ich mir auf eine Achterhöhe. Das ist jetzt schon vier, fünf, sechs, sieben und acht. Und wenn wir das haben, machen wir das nochmal auf der anderen Seite. Wollen wir auch nochmal machen. Warte mal, erstmal die Mitte raussuchen. So, ein Dreier hier hin und das Ganze auf eine Achterhöhe. Vier, fünf, sechs, sieben und acht. Um die Fenster weiterzubauen, holen wir uns einmal polierte Granittreppe ins Inventar. So, ich habe hier bei den Fenstern gleich schon mal die Glasblöcke hinten reingesetzt. Ich hoffe, das stört nicht so unbedingt. Jetzt machen wir auch hier so ein paar Streben rein. Unten fangen wir an. Gleich nach dem ersten Block setzen wir einen hin. Lassen dann immer hier einen Block und so einen halben Platz. Und dann hier setzen wir wieder einen oben hin. Das Ganze machen wir halt zweimal. Und ganz oben setze ich in der Mitte eine Stufe hin. Und an den Seiten jeweils eine oben gedrehte Treppe. So, dieses Spiel machen wir dann auch nochmal auf der gegenüberliegenden Seite beim Fenster. Da habe ich schon gleich gemacht, um hier weiterzuarbeiten. Und zwar bleiben wir danach dann immer noch bei den Stufen. Und die können wir einmal hier oben um unser Gebäude rumziehen. Die nächste Aufgabe, die wir machen, ist ein Geländer oben bei unserer letzten Ebene uns noch zu platzieren an den Seiten. Wir beginnen auf der Vorderseite, dass ich jetzt hier einfach mal die Seite eine Reihe frei lasse. Dann mache ich mir hier so ein Geländer hin von einer Höhe von drei Blöcken an sich. Lasse mir dann immer hier zwei Blöcke Platz. Und dann setze ich mir hier wieder so eine Strebe jeweils hin. Sollten wir auch perfekt hier einfach aufgehen, weil wir hier unser Geländer so lange ziehen. Dann können wir ganz oben einfach wieder eine Stufe ranziehen. Einfach so, damit das Geländer abgeschlossen ist. Und ganz unten machen wir jeweils auch noch eine Stufe hin. Wenn wir auf der Vorderseite ein Geländer platziert haben, gehen wir einmal auf die Seiten. Hier machen wir auch natürlich Geländer hin. Hier ist aber ein etwas anderer Abstand. Hier machen wir einfach immer nur jeweils einen Block. Bis zur nächsten Strebe lassen wir also hier Platz. Natürlich platzieren wir dann oben ein Geländer hin. Und wenn wir oben das Ganze dann halt platziert haben, setzen wir unten hier jeweils auch noch mal eine Stufe hin, um halt diese Lücke zu füllen. Und wenn wir dann die Vorderseite haben, machen wir es natürlich auch das gleiche Spiel mit der Rückseite und natürlich auch der gegenüberliegenden Seite. So, danach können wir dann unser Blockmaterial einmal wegtun. Gehen dann wieder an die Kiste ran. Dann, um weiterzubauen, nennen wir uns einmal noch mal gelbe Keramik raus. Näht der Steine. Dann haben wir natürlich Feuerzeug dafür. Dann holen wir uns noch polierte Granitstufen. Aber ich glaube, die fallen jetzt weg. Ja, die brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr. Die haben wir gerade eben schon verwendet. Dann holen wir uns noch glatte, rote Sandsteinblöcke raus. Dazu die passende Treppe und Stufe. Und dann holen wir uns auch Glasblöcke raus. Ich empfehle dir jetzt blaue Glasblöcke, weil die originale Schrift oben an unserem Club, also Club Sun, der hat auch so eine blaue Schrift. Von daher nehmen wir einfach mal davon Blöcke und Glasscheiben. Aber zuvor wir jetzt oben schon das Dach ein bisschen umziehen, nehmen wir einmal unsere gelben Keramikblöcke zur Hand und platzieren hier an den Seiten solche kleinen Feuerschalen einfach mal hin. So relativ simpel aufgebaut. Macht man einfach mit der gelben Keramik hier so ein kleines Gefäß und dann setzt man da den Neterstein rein. Den zündet man an. Das Ganze machen wir dann hier viermal insgesamt hier an den Seiten hin. So, weiter geht es denn mit unseren roten Sandstein, den wollen wir jetzt oben platzieren. Das ist so ein bisschen der Rand unseres Daches. Da setzen wir einfach jetzt einfach mal rote Sandsteinblöcke rauf. Insgesamt zweimal ziehen wir an den Seiten hier lang. Und wenn wir da rauf denn zwei so rote Sandsteinblöckschichten platziert haben, fliegen wir einfach mal an irgendeine Ecke hin. Nehmen wir einfach mal die hier und dann setze ich mir hier noch zwei weitere Blöcke einzeln hier rauf und gehe jetzt zur Seite nach hinten weg. Ist eigentlich egal, geht immer passend auf. Und dann lassen wir mal drei Blöcke Platz und setzen hier wieder so ein Zweier hin. So, sollte auch bei dir perfekt aufgehen. Halt wie gesagt immer drei Blöcke Platz. So, wenn wir das Ganze denn haben, wollen wir das Ganze noch ein bisschen optisch verschönern oben die Spitzen. Oben drauf setzen wir jetzt jeweils immer noch eine Treppe hin. Da denke ich mir immer so mit der Rückseite halt immer hier so lang, ja sagen wir mal bis zur Mitte immer so. Also sagen wir mal nach innen immer die Rückseite der Treppe setzen. In der Mitte setzen wir einfach die vorne einfach so rauf. So, einfach mal ein bisschen so gesagt, dass wir in der Mitte halt die Treppe so gerade nach vorne setzen und ansonsten die halt immer so mit der Rückseite zur Mitte steht. An den Seiten, ja machen wir jetzt eigentlich genau das gleiche Spiel. Das seien halt hier, wenn das Ganze so ein bisschen zur Mitte steht, die Rückseite. Und so, ja und dann hier auf der Rückseite genau das gleiche Spiel. Das mache ich hier dann eh gleich. Ja, aber erstmal hier wieder so ein bisschen Massenarbeit ist das Ganze. Und zwar muss man hier auch wieder ein bisschen künstlerisch sein. Hier kannst du jetzt entscheiden, wie du dir die Mitte hier ein bisschen gestalten willst. Hier kannst du entweder an den Seiten hier Treppen heransetzen oder nur Stufen. Lässt vielleicht auch mal eine frei, machst hier nur eine Treppe ran oder hier auf beiden Seiten eine Treppe. Kannst auch hier Treppe, Treppe halt an den Seiten machen, wie du möchtest. Einfach so ein bisschen uneben ist an sich das Original auch. Also da haben sie es auch so ein bisschen unebenlich gezeichnet. Von daher kannst du dir entscheiden, wie du das Ganze hier mit den Zacken machen möchtest. Wie gesagt, ein bisschen künstlerisch mache ich jetzt hier auch einmal. So, wenn du dann das Dach auch an den Seiten hier so ein bisschen optisch verschönert hast. Wie gesagt, kannst du ein bisschen künstlerisch sein. So ein bisschen wie das Muster sein soll, kann man sich ausdenken. Ja, und wenn wir das haben, machen wir jetzt nur an den Seiten ein kleines Fenster oben hin. So ein Dreierding, das machen wir mal auf der anderen Seite. Da habe ich es noch nicht reingehauen. Einfach sage ich jetzt hier oben, lassen wir einen Block an der Seite frei und dann schlagen wir hier drei Blöcke weg und setzen hier einfach so ein kleines oberes Fenster hin. Aber das wollen wir nicht nur mit unserem blauen Glas anstellen. Das ist natürlich auch für unsere Schrift gedacht, die wir oben jetzt am Dach so ein bisschen befestigen wollen. Ich fange hier einfach mal ganz an der Seite an mit einem C. Das machen wir hier auf so eine Viererhöhe. Dann lassen wir einen Block frei und dann machen wir hier jetzt sage ich mal ein L hin für den Club. Danach machen wir hier dann ein U hin. Und dann kommen drei Bs hin, denn der Club schreibt sich mit drei Bs. Wie stellen wir die da? An sich so machen wir wie so ein L halt, aber nur, dass wir beim L oben noch einen drauf machen. So für so ein kleines B. Das Ganze machen wir halt dann noch zweimal. So, deuten wir halt das B an. Vielleicht kommen ja irgendwann mal noch Glastreppen, dann kann man die ja vielleicht damit noch besser darstellen. Danach lassen wir dann einfach zwei Blöcke Platz und dann können wir hier uns so ein S reinzeichnen. So machen wir das S für Sinn, für den Sinn Club. So ein kleines I hin und dann machen wir hier noch jeweils drei Enzeln. So, zack, bis wir hier drüben perfekt anstoßen. Ja, danach können wir dann hier noch ein paar Glarscheiben nehmen, um das Ganze halt zu verbinden, weil es ja jetzt so ein bisschen in Schreibschrift geschrieben und da sind ja die ganzen Buchstaben miteinander verbunden. Machen wir einfach mal hier oder deuten das eher mehr so mit Glarscheiben an. So, bis zum S. Das ist natürlich dann hier auseinander geschrieben. Das heißt, müssen wir die Bs hier noch überall verbinden. Das U noch mit einem L und das L noch mit einem C. Und dann ist das Ganze fertig. Und dann heißt das Ganze hier Club Sin und dann haben wir die Schrift oben drauf und können das Blockmaterial wegtun. So, ich habe noch ein bisschen Blockmaterial zusammengekratzt für den Rest. Da holen wir uns noch einfach mal Roten Beton raus, rote Keramik, Steinknöpfe, blaue Keramik, schwarze Stufen, also schwarze Eichholzstufen. Davon noch mal die Treppe. Dann holen wir uns noch mal Magenta Glas raus, also das Glas, was du schon verwendet hast. Dann holen wir uns noch ein paar Schilder raus und dann noch ein Lesepult. Und dann haben wir alles zusammen, geht's los. Erstmal mit dem Lesepult. Ich denke mal vorne für den Türsteher, damit er sehen kann, wer reinkommt. Da ziehen wir gleich mal so ein Lesepult hin. Ganz oben über der Eingangstür von unserem Club kannst du ein paar Schilder hinmachen. Da kannst du gerne Club Sin hinschreiben oder wie der Club sonst heißen soll. Da schreibst du dann den Namen hin. Ansonsten gehen wir auf die letzte Ebene von unserem Club. Da müssen wir oben noch so ein Dach oder noch so ein weiteres Fenster plizieren. Wir suchen hier wieder so ein bisschen die Mitte raus, haben wir schnell gefunden. Hier machen wir an sich die Breite. Jetzt haben wir hier fünf, sechs, sieben. Also sagen wir mal hier bei den Pfeilern, die wir hier oben uns so ein bisschen gemacht haben, hier die drei. Das ist so ein bisschen die Breite unseres Fensters hier oben. Das Ganze machen wir auf eine Höhe von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcken an sich. Jetzt können wir hier einmal dann alles frei hauen. Und wenn wir das dann frei gehauen haben, platzieren wir an den... Ups, hier unten natürlich auch nochmal frei hauen. Platzieren wir einfach mal hier unten eine blaue Keramikschicht. An den Seiten ziehen wir das Ganze dann auch nochmal nach oben. In der Mitte ziehen wir das Ganze auch nochmal mit. Das ist so ein großes Fenster. Aber nur so weit, dass wir hier oben noch eine Reihe frei haben. Und dann hier oben machen wir nochmal eine Reihe weg. Und setzen hier auch nochmal blaue Keramik ran. So, jetzt können wir hier ein paar Streben reinsetzen. Das Ganze machen wir mal von der Innenseite. Setze ich mir einfach mal hier wieder so ein paar Streben rein. So, sagen wir einfach mal hier gleich nach dem ersten Block setzen wir eine hin. Dann immer so einen Block und so einen halben lassen wir dann hier auch wieder so frei. Ich muss noch einmal kurz hier zu unserem Fenster oben kommen. Da habe ich es ein bisschen falsch erklärt. An sich setzen wir hier einfach mal oben die Treppen ganz normal hier bei der Mitte an. Und darunter machen wir dann einfach so um diese zwei Treppen. So, ich habe mich glaube ich irgendwie falsch erinnert, wie ich das gebaut habe. Aber so ist das Original. Ah, kann man hier nochmal kurz ändern, ne? So, nach langer, langer Überlegungszeit, wie ich jetzt weiter hier vorgehe, nachdem wir natürlich hier unser Fenster gebaut gerade eben hatten, gehe ich jetzt hier auf der Innenseite. Und zwar ganz oben sind zwei schöne Damen rangemalt an unser Gebäude hier jeweils. Und ich finde die echt doof zu erklären. Von daher werden wir uns jetzt ein bisschen frei hauen. Und zwar, ich habe sie mir jetzt hier angezeichnet auf den Seiten. Und da wollen wir jetzt die uns hier so durchschlagen durch die Wand ein bisschen. Von daher fange ich jetzt einfach mal hier auf der... Also wenn wir jetzt hier uns innen drin befinden, einfach mal jetzt... Ja, eigentlich egal auf welcher Seite wir anfangen. Welche Frau ist schöner? Nehmen wir die hier zuerst. Jo, nehmen wir einfach mal die hier auf der Seite. Also wir fangen unten einfach mal an. Wir lassen uns einfach mal hier jetzt vom Fenster aus fünf Blöcke Platz. Schlagen dann zwei Blöcke hier einfach mal nach vorne weg. Zwei nochmal hier oben weg. Einen hier zum Fenster hin, in die Seite einen weg. Darüber machen wir dann hier so drei Blöcke weg. Dann machen wir hier so vierer vorne weg. Dann machen wir hier, das würde ich mal sagen, gehen wir zur Seite einschräg weg. Und machen hier so ein Zweier hin. So, gehe hier vorne nochmal hin. Hier mache ich jetzt so ein Dreier einfach mal weg. So, denn hier drauf. Wir fangen hier bei den Zweier an. Ich schlage hier einfach mal alles weg, bis wir, sage ich mal, hier über diesen anderen sind. Und dann nochmal zwei mehr. Und dann so schräg nach oben nochmal zwei weg. So, kommen wir weiter. Hier machen wir dann einen Vierer weg. Davon, da genau drüber machen wir dann auch nochmal so ein Vierer weg. Nochmal einen hier zur Seite mehr, so ein Fünfer. Darüber machen wir nochmal einen Vierer weg. So, ganz oben nochmal einen Dreier weg. Ich hoffe, das geht vielleicht so ein bisschen zum Erklären. Ansonsten zeichnen wir uns die jetzt hier nochmal an. Ansonsten halt, wir hatten ja hier fünf frei. Und dann machen wir hier einfach mal so einen Vierer rein. Dann hier einen Vierer ein ansetzen. Dreier oben drauf. Einen Vierer oben drauf. Denn jetzt hier vorne machen wir so einen Dreier hin. Hier hinten dann so einen Zweier so schräg nach oben gesetzt. Dann ziehen wir hier oben einmal alles lang. Lassen es hier an der Seite einmal noch zweimal überstehen. Gehen hier aber zur Seite wieder einmal hin. So ein Zweier hin. Das wird dann hier so ein bisschen die Hand sein. Dann lassen wir an der Seite halt einen frei. Setzen dann hier einen Vierer rauf. Darauf setzen wir dann einen Fünfer. Darauf dann einen Vierer. Und ganz oben einen Dreier hin. So könnte man es lassen. An sich ist original auch rot. Aber ich finde, wenn wir so einen kleinen Kontrast reinbringen. Wie zum Beispiel jetzt hier bei der Frau noch die Haare mit einfach mal roter Keramik ein bisschen darstellen. Damit man es halt auch erkennt. So, die Haare halt darstellen. Vielleicht auch hier noch so ein bisschen was. Kannst du natürlich in rot lassen. Oder nimmst du halt Keramik. Warte mal. So, gehe ich auf der anderen Seite hin. Weil auf der Seite sieht man das ja. Dann hat man hier schon mal eine Dame. So, auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. So, ich hoffe das Ganze geht so ein bisschen nachzubauen. Dies ein bisschen komplizierter zu bauen. Weil es ja noch so das Bein hoch schwingt. So, wieder vom Fenster aus. Wir lassen dann hier einfach vier Blöcke Platz. Schlagen dann hier zwei Blöcke weg. Darüber machen wir einen Dreier weg. Darüber machen wir dann noch eine weitere Ebene weg. So, dass an den Seiten jeweils einer noch übersteht. Dann machen wir hier so einen Dreier weg. Einen da lassen. Und dann hier wieder einen Dreier weg. Und dann gehen wir noch zwei nach unten. Gehen wir hier wieder zur Mitte. Da sitzen wir. Oder schlagen dann hier wieder drei weg. So, darüber. Ja, hier an der Seite einen noch mehr weghauen. Zwei, drei, vier, fünf und sechs. Hier insgesamt so weghauen. Dann hier schräg zur Seite schlagen wir dreimal weg. So, dann hier schräg zu oben einen wegschlauen. Und dann hier nochmal zwei weghauen. So. Dann gucken wir mal hier. An der Ecke fangen wir an. Dann schlagen wir hier nochmal vier. Vierer weg. Darüber dann nochmal einen Fünfer weghauen. So, dann hier wieder einen Vierer weg. Und ganz oben halt wieder einen Dreier. Ich weiß, das ist schwer zu mitbauen, aber naja, irgendwie kriegen wir das schon hin. So, hier habe ich mir das freigauen. Jetzt wollen wir es nochmal hier einfach mal auffüllen. Wir haben jetzt hier an der Seite immer noch vier Blöcke. Dann setze ich mir hier einfach mal zwei Blöcke hin. Das Ganze auf so einer Vierer Höhe. Hier wieder an der Seite einen anecken lassen. Dann ziehen wir eine Schrebe drauf, dass überall an der Seite einer übersteht. Dann mache ich mir an der Seite hier drei hin. Darüber nochmal zwei. Wieder einen so überstehen lassen. Denn hier an der Seite, dass ich hier auf der einen Seite einen überstehen lassen habe. Auf der anderen Seite, dass ich hier zwei überstehen. So, dann zeichnen wir hier mal die Hand noch ein bisschen nach. So drei einfach schräg nach unten. Das Bein, was hier hoch schwingt, da machen wir dann hier noch so drei oben drauf. Und dann gehen wir hier noch zwei runter. So, dann machen wir noch einen zweiten Arm hier hin. Zack, ne? Also einen schräg und dann nochmal zwei so schräg. Ja, dann platzieren wir hier drauf, würde ich mal sagen, einen weiteren Vierer. Darauf dann einen weiteren Fünfer. Dann wieder einen Vierer und einen Dreier. So, dann haben wir hier die zweite Dame. Da bringen wir auch wieder so einen kleinen Kontrast wieder rein. Auch die Haare wollen wir ein bisschen darstellen. Nehmen wir einfach andere Blöcke. Du kannst sie natürlich auch noch ein bisschen mehr umfärben, wie du möchtest. Aber beim Original ist er halt, sag ich mal, so rot angemalt. Von daher lasse ich das auch so. So, dann wäre die Dame auch fertig. Zack. Um das Gebäude noch abzuschließen, nehmen wir nochmal einmal einen grauen Betonklotz raus. Und der ist jetzt nur für eine Sache da, um zwar das Dach auszufüllen. Ja, ich würde mal sagen, dann machen wir das einfach ganz normal hier auf unserer blauen Karanik. Setzen wir einfach hier eine Betonschicht und können das ganze Dach damit ausfüllen. So, dann haben wir das Dach auch noch ausgefüllt. So lasse ich mir das Ganze mal gucken, wie das denn wird, wenn wir das Ganze hier einrichten. Das siehst du ja natürlich in der nächsten Folge. Ich fliege hier noch einmal kurz rein, dass wir uns nochmal kurz hier in Erinnerung halten, wie leer das hier aussieht. Und in der nächsten Folge richte ich mir das so ein, wie es in der Folge zu sehen war, da wird alles reinkommen, was da in der Folge war. Und daher gucken wir mal, ne? So, ansonsten steht schon mal der Strip Club. Und dann würde ich sagen, hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge bei der Tour durch den Strip Club. Und ich sage denen hier, an dieser Stelle nur eins zu euch, und zwar ganz einfach. Tschüss. Okay, ich muss da nur reingehen, den Perversling rausholen und ihn in ein Stadion voller Kinder zurückbringen. Ich suche einen Freund von mir, Glatze, mittleres Alter, frustriert, hat ihm eben aufgegeben. Es ist 10 Uhr morgens, guck dir einen aus.